Ich habe Schachermeier natürlich im Vorhinein gekannt durch einige Bekannte, aber natürlich als gebürtiger Oberösterreicher ist am Schachermeier ein Begriff. Ich habe die Hotelverschie gemacht und bin dann zwei Jahre als Animateur gewesen im Gseus, also in der Steiermark und dort sind immer Mitarbeiter von der Firma Schachermeier gekommen zum Reften und meine Freundin war damals verlinkt und die habe ich dann auch geheiratet und so bin ich zur Firma Schachermeier gekommen. Ich habe es über meinen Papa gekannt, bin da schon ein paar Mal mitgefahren, es hat mir getaubt von den Produkten her und auch, dass man viel mit Leuten zu tun hat. Nach den Schnuppertage ist mir einfach aufgefallen, dass es extrem eine vielfältige Ausbildung ist und die ganzen Leute, die Mitarbeiter auch so nett sind und man als Lehrling aber auch mit anpacken darf und sollt und nicht nur die Hälfte machen darf. Schachermeier ist ja sehr umfangreich, sehr viele Produkte, da geht es ja in viele Bereiche rein. Ich als ursprünglich gelernter Tischler habe trotzdem die Verbindung ein bisschen zum Holz zu den Maschinen. Es ist ein Familienbetrieb, man fühlt sich da wohl, man hat irgendwie gar nicht das Gefühl, dass man in die Arbeit geht, sondern dass man einfach gerne da hergeht. Man hat Ansprechpersonen, die so wie Mentoren sind, man fühlt sich einfach aufgehoben und wie bei einer kleinen Familie. Ja. 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 Ja.